SETCHEN Warte, was? Sie ist weg, die Batterie. Wie kann sie einfach so verschwinden? Was ist hier los? Ben? Bilgax? Ich muss nachdenken. Bilgax tut unschuldig. Gruselig. Fehlender Roboter? Doppelt gruselig. Und jetzt die Rostbeule? Gar nicht gut. Das ist kein Zufall. Ähm, Ben? Was zeichnest du da? Was geht hier ab? Wie ich schon sagte, dein Schicksal. Es wird Zeit für Helden. Ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Geh weg! Schicksal! 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 Ich war schon längst wach. Oh, das tut mir leid. Was machen wir hier draußen? Wie viel Uhr ist es? Drei. Du warst als Shockrock-Schlafwandeln. Alien-Schlafwandeln? Bitte sag mir, dass ich nichts kaputt gemacht hab. Also, ähm, das kann man nicht behaupten. Aber du hast etwas gebaut. Das... hab ich gebaut? Ja! Bist du dir sicher? Du hast die Roboter-Teile weggetragen, also hab ich dich beobachtet. Das finde ich auch gruselig. Du baust wie ein Zombie dieses Ding und ich bin gruselig? Komm schon, Ben! Was ist los? Okay, ich sag's dir. Aber versprich mir, dass du Opa Max nichts erzählst. Es fing an, als ich auf die Stimmen gehört hab. Ich hoffe, denen hörst du nicht mehr zu. Was? Die haben mir geholfen. Geholfen, Chaos zu stiften. Ein Chaos, um das ich mich kümmern wollte. Au! Was war das jetzt? Was macht es da? Es räumt Müll weg. Vielleicht will mir mein Unterbewusstsein beim Aufräumen helfen. Ah! Ah! Gwen, alles okay? Mir geht's gut. Ein Alien wär jetzt nicht übel, oder? Ja! Schicksal! Ben! Hey, Müll-Sammler! Zeig Respekt vor deinem Erschaffer! Nimm das, du Schrott! Ben! Gwen! Was ist hier los? Opa Max, ich wollte nicht... Ach, es nützt nichts. Ich hab das gebaut. Tut mir echt leid. Schon okay, Ben. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Mach's doch wieder gut, indem du das Ding zerschmetterst. Du legst dich nicht mit meiner Familie an! Wo nimmt Ben nur die ganze Energie her? Die Kugel rollt genau in die Mitte! Zum Glück bist du nicht gut im Roboterbauen. Oh! Brauchst du ein Pflaster für dein Auer? Der konstruiert sich neu! Da hab ich noch ein Wörtchen mitzureden! Jetzt hat dir ein Spezialmanöver! Der Non-Stop-Diamanten-Drill! Tut mir leid, dass ich dich halbiert hab, aber du bist ein böser Roboter! Oh, ja! Machst du Witze? Okay, du willst Nachschlag? Da mach ich doch gern mit! Hä? Es hat die Uhr ausgeschaltet! Hätte Ben nur einen Alien, der für das Ding stark genug ist! Kleinen Moment! Vielleicht hab ich so einen! jetzt drehen den Klappen auf. chimisch10ck ülbelner darüber berücksicht auf den Klappen das Ganze Jürgen Moment! Immunsystem familia,